bisschen was beibringen es gab die situation dass er gefragt hat ob sie denn freund hätte wie sie zum thema rauchen da ging es glaube ich um das thema rauchen und da hatte er dann gesagt naja für eine neue freundin würde erst rauchen noch aufhören dann gab es situationen wo er im bus gesagt hat zu joey kelly lautstark es haben viele leute mitbekommen